Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht es weiter und zwar werden wir heute anfangen irgendwelche Objekte hier rein zu versetzen in dieses wunderschöne Konstrukt von Level, das wir hier gemacht haben oder auch nicht selbst gemacht haben. Egal, auf jeden Fall werden wir heute selbst was hier reinfügen und werden auch die Objekte hier drin ein bisschen manipulieren. Gut, dazu gehen wir hier erstmal in den Content Browser. Also im Prinzip können wir natürlich von hier oben auch Dinge reinziehen. Wir können uns aussuchen, ob wir zum Beispiel einen Empty Character reinpacken oder irgendwie so einen Zylinder oder sowas. Einfach Drag and Drop. Das heißt, ihr schnappt euch hier drüben diesen Zylinder und packt den hier rein. So, und schon habe ich hier einen Zylinder rumfahren. Sehr schön. Jetzt ist einiges von diesem Zylinder unsichtbar, weil es eben sozusagen unterirdisch ist. Das heißt, wenn wir uns das mal angucken, hier sehen wir wunderschön, dass hier diese orangen Striche noch weiter gehen. Daran sehen wir, dass das Ding, dass das Ganze unterirdisch ist. Und jetzt wollen wir die natürlich wieder nach oben bringen. So, und dazu gehen wir nochmal ein bisschen näher ran. Brauchen wir diese Dinger hier. So, jetzt kommen die drei hier oben zum Einsatz. Das heißt, wenn wir diesen Zylinder jetzt nach oben bringen wollen, dann müssen wir hier oben auf dem hier sein. Dazu könnt ihr einfach W drücken oder einfach schauen, ob das hier oben ausgewählt ist und wenn nicht, dann das hier auswählen. Und dann habt ihr hier diese drei Pfeile. Einer ist grün, einer ist blau und einer ist rot. Gut. So, hier unten seht ihr jetzt ganz leicht, dass der grüne Pfeil die Y-Richtung ist, der rote Pfeil die X-Richtung und der blaue Pfeil die Z-Richtung. Z ist also oben, X ist nach rechts und Y ist so nach links vorne. Okay. Also quasi genauso, wie wir es hier auch haben. Wenn ich jetzt allerdings hier so ein bisschen drehe, dann sehen wir, dass das immer noch genauso ist. Das heißt, ich habe hier X in die Richtung. Also hier unten zeigt es mir immer quasi dieses Koordinatensystem an, so wie es gerade ist. Also ich kann es so hin und her schwenken und dieses kleine Koordinatensystem von der Welt dreht sich immer genauso mit. So, wenn ich jetzt das Ding hier verschieben möchte, dann kann ich hier einfach diesen Pfeil mir schnappen. Dann seht ihr, meine Maus verändert sich so ein bisschen zu diesem komischen 4-Pfeil-Teil. Und dann kann ich einfach dran ziehen, nach oben, dann kommt es raus, nach unten, dann verschwindet es komplett. Und wenn ich das jetzt so leicht schwebend haben möchte, okay, ich habe es nicht schwebend. Wenn ich das so leicht schwebend haben möchte, dann mache ich jetzt sowas hier. Okay. So, jetzt seht ihr, das ist vielleicht ein bisschen nicht ganz akkurat. Ich habe hier so was rumfahren, was ich eigentlich gar nicht möchte. Ich möchte, dass es tatsächlich jetzt auf dem Boden steht. Und dann habe ich die Möglichkeit, ich drücke einfach Ende und es platziert mir das Ganze automatisch auf dem Boden. Also quasi so ein Hotkey. Einfach Ende drücken auf eurer Tastatur und das Ganze wird auf den Boden platziert. So, sehr praktisch. Ich kann natürlich auch an der Seite ziehen. Ich kann auch an der roten Seite ziehen. Und je nachdem wird es immer in die passende Achse verschoben. Oder entlang der passenden Achse. So, jetzt sehen wir hier aber, dass wir auch noch diese hier haben. Das heißt, wir haben hier so noch so einen weißen Bobbel in der Mitte, der bei mir so leicht ausgegraut ist. Und wir haben diese Kanten hier zwischen den Pfeilen. Wenn ich diese Kanten benutze, dann werden zwei Pfeile plötzlich farbig markiert. Das bedeutet, wenn ich da dran entlang gehe, kann ich auch nach oben und nach links verschieben. Also entlang der Y-Achse und entlang der Z-Achse. Aber die rote Achse kann ich nicht verschieben. Wenn ich jetzt hier diese benutze, dann kann ich nach oben und entlang der X-Achse verschieben. Und entsprechend dann hier vorne kann ich entlang der Y-Achse und der X-Achse verschieben. Das ist natürlich praktisch, wenn ich das Ding auf den Boden stelle. Ich weiß, wo der Boden ist. Du willst aber nicht nochmal auf den Boden platzieren. Das heißt, ich kann hier einfach entlang dieser beiden Achsen verschieben. Kann es quasi hier überall auf den Boden stellen, wo es mir gerade passt. So, jetzt haben wir hier so ein bisschen selbst quasi rumexperimentiert. Wie kann ich das Ding verschieben? Jetzt gibt es aber auch noch die Möglichkeit, ihr könnt hier in die Transformation. als Formkoordinaten das eingeben, was ihr braucht. Das heißt, zum Beispiel hier, das ist der X-Value. Wenn ich hier jetzt einfach eine 0 eingebe und Achtung, eine Einheit ist ein Zentimeter hier. Wir sehen es auch hier hinten dran. X-Value 0,0 Zentimeter. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine 100 eingebe, dann wäre das ein Meter. 10 wäre ein Dezimeter. 0 ist ein Zentimeter und diese Komma hier hinten dran sind die Millimeter. Okay, ich kann natürlich auch mit Kilometern arbeiten, aber muss ja nicht sein. So, selbiges kann ich jetzt hier natürlich machen. Das ist der Y-Wert. Das heißt, wir packen einfach mal genau auf den Ursprung. Und jetzt wollen wir aber eigentlich nicht die Z-Achse verschieben, aber wir tun es trotzdem mal. Wir machen jetzt hier einfach auch mal 0 und dann sehen wir, wo wirklich das absolute 0 ist. Nämlich genau jetzt im Zentrum von unserem kleinen Ding. So, diesen weißen Punkt hier habe ich euch immer noch nicht erklärt. Da kann ich anhand aller drei Achsen verschieben. Was aber ein bisschen unhandlich ist, weil ich ja an meinem Bildschirm nur eine 2D-Möglichkeit hier habe. Deswegen ist es eigentlich relativ selten. Aber wenn ihr es irgendwann mal braucht, warum auch nicht? So, genau. So sollte das natürlich jetzt sein. Jetzt haben wir hier unten unter Content finden wir auch noch einige Sachen. Da könnt ihr euch gerne mal durchklicken. Wir werden das jetzt nicht machen. Wir werden das irgendwann mal machen. Hier unter Basics findet ihr wie gesagt diese Standarddinger. Standarddinger hier aber unter Lights findet ihr ein bisschen nützlichere Sachen, wenn es dann endlich mal lädt. Mein PC ist gerade ein bisschen ausgelastet, merke ich. Okay, ähm, unter Lichtern kann ich natürlich hier einfach nicht sozusagen einfügen. Ähm, sagen wir mal, wir wollen das hier so haben. Dann haben wir hier so eine kleine Glühbirne. Die sieht man in-game gar nicht. Also das ist keine Glühbirne. Das heißt, ihr müsst sozusagen eine Lampe noch drumherum bauen. Das werden wir aber auch noch sehen. Ähm, das ist tatsächlich nur das Licht. Wenn ich jetzt hier auf Play drücke, dann spawne ich. Oh Gott, das dauert eine Weile. Okay, so. Ich spawne und ich sehe hier keine Glühbirne oder sowas. Ähm, aber ja. Ich habe auch mein Licht nicht gebildet. Deswegen, ähm, genau. Okay. Aber alles gut. Ähm, also hier könnt ihr einfach mal ein bisschen mit rumspielen. Dann wirft das Ding eben so hübsches Licht hier runter. Und dann kriegen wir hier neue Schatten. Spotlight, wie die einzelnen Lichtquellen oder was die genau sind, werden wir auch noch alles durchgehen. Ähm, könnt ihr einfach mal hier so quasi ein bisschen rumspielen. Und ein paar schöne Sachen hier reinziehen, was euch gerade so gefällt. Unter Recently Placed findet ihr auch die Sachen, die wir, ähm, so mal reinziehen können. Einfach so aus Spaß. Ich habe mal hier diesen M-Table Round reingezogen, weil ich wissen wollte, was das ist. Aber das ist ein Material, wie wir sehen. Da hat es jetzt hier, ähm, auf dem Boden das Material von dem Tisch getan. Was ziemlich witzig aussieht. Aber, ja. Okay. So, jetzt geht es natürlich noch weiter. Wir können dieses Objekt hier nicht nur, ähm, translatieren, sondern wir können es auch drehen. Und wir können es auch skalieren, damit es ein bisschen größer wird. So, dazu gehen wir hier oben auf das Zweite. Das könnt ihr mit E erreichen. Also das hier mit W und das mit E und das hier mit R. So, mit E erreicht ihr das Rotier-Tool. Das heißt, ihr könnt hier wieder mal anhand von zwei Achsen rotieren. Also so quasi das Ding auf die Spitze stellen oder sowas. Je nachdem, wie ihr es braucht. Ähm, genau. Analog hierzu, wie gesagt, wieder mal alle drei Ebenen verfügbar. Das heißt, ich kann das hier drehen, was ein bisschen sinnfrei ist, wenn ihr es nicht schon davor gedreht habt. Und ihr findet auch noch weiterhin natürlich die Rotation hier drüben unter den Transform-Koordinaten. Einfach hier in den Winkel eingeben. Hier gibt es jeweils die Snaps dazu. Die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Die machen wir aber gleich. Okay, jetzt noch kurz das Skalieren. Skalieren kriegt ihr mit R. Ähm, und hier einfach dran ziehen. Dann wird das Ding hier schön lang. Sieht nicht mehr wirklich aus wie ein Zylinder. Eher wie so eine komische, was auch immer. Okay, ähm, damit könnt ihr quasi nur die eine Achse hier ziehen. Mit dem hier könnt ihr die andere Achse ziehen. Und mit dem blauen könnt ihr das Ding schön spitz machen. So, und ähm, wenn ihr mal gleichmäßig skalieren wollt, dann nehmt ihr einfach diesen Bobbel in der Mitte. Und jetzt könnt ihr das ganze Ding gleichmäßig skalieren. Ähm, je nachdem wie groß ihr es eben haben wollt. Wenn ihr nur in zwei Ebenen skalieren wollt, wieder mal hier reinklicken. Also auf die Verbindung zwischen den beiden Achsen. Und hier genauso auf die Verbindung zwischen den beiden Achsen. Und hier natürlich dann auch. So, ähm, jetzt das sind die drei Basic Tools sozusagen. Also ich kann es verschieben mit W, beziehungsweise mit dem, ähm, Translate Tool. Äh, kann ich aber auch hier unten einfach eingeben, wie ich möchte. Ich kann es hier rotieren, kann es aber auch hier unten eingeben. Und ich kann natürlich auch skalieren, kann es aber auch hier unten eingeben. Und wenn ihr jetzt mal hier runter guckt, dann seht ihr, dass wir hier relativ genaue Koordinaten haben. Also Scale 3,0, 3,5, 4,0. Was irgendwie ein bisschen beeindruckend ist. Und das liegt an Snaps. Snaps sind diese Dinger hier oben. Wenn ihr die mal angeklickt habt. Ich gehe jetzt gerade mal wieder auf das, ähm, Scale Tool. Wenn ihr hier jetzt einen Snap habt. Also hier haben wir das Snap zum Rotieren. Hier haben wir das zum Verschieben. Und das hier ist das zum Skallieren. Wenn die so orange anmarkiert sind, dann bedeutet das, sie sind aktiviert. Wenn ich die jetzt raus mache, dann kann ich komplett freiskallieren. Mensch, achtet mal hier unten auf diese Werte. Und wenn ich jetzt hier skaliere, kriege ich plötzlich ganz krumme Werte. Kann aber viel feiner skalieren. Alles zu so einer flachen Pflaume machen. Und, ähm, dann wieder hier so haufenweise spitz nach oben. Aber ganz, ganz feingranular kann ich das hier machen. Was man eigentlich oftmals gar nicht braucht. Oftmals ist es sinnvoller, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas auf dem Boden abstellen möchte. Dann ist es sinnvoller, so einen Snap drin zu haben. Denn es macht keinen Sinn, wenn ein Stückchen rausguckt oder so ein kleines bisschen schwebt das Teil. Das sieht irgendwie doof aus. Deswegen snappt man hier einfach auf zehn Einheiten. Eine Einheit ist ein Zentimeter. Oder auf 100 Einheiten oder auf 10.000 oder was auch immer ihr da braucht. Ihr könnt hier einfach die Snaps quasi einstellen. Genauso beim Rotieren. Da könnt ihr es in Grad einstellen. Das sind die normalen Einheiten, die man so kennt. 15, 15, 30 und so weiter. Und das hier sind Divisions auf 360 Grad, 360 Grad. Weil ein Kreis hat eben 360 Grad. Sprich, wenn ihr es einmal um 360 Grad gedreht habt, seid ihr wieder beim Ursprung. Okay. Aber Snaps, ähm, ja wie gesagt, hier relativ nützlich. Ähm, und wenn ihr skaliert, dann ist es oftmals sinnvoll, hier die Scale Options nicht snappen zu lassen. Das heißt, ihr seid hier quasi frei. Okay, ähm, aber, ja, kann man auch natürlich einstellen und hier dann auswählen, was für eine, äh, was für einen Faktor man gerne skalieren möchte. Standardmäßig ist 0,25 drin. Ähm, aber man kann hier natürlich genauso klein und groß werden wie bei den anderen Snaps auch. Ich zeige es euch gerade mal, ähm, wenn ich das Ding jetzt hier auf 10 stelle, dann kann ich plötzlich hier lange, lange ziehen und ganz plötzlich passiert hier so ein Bums. Also das heißt, es ist jetzt Faktor 10. Man sieht es hier unten an dem Scale genau, Faktor 10. Und dann kann ich wieder ganz lange dran ziehen und dann wird es plötzlich ganz flach, weil eben Scale 0 ist. Und plötzlich habe ich hier so eine Pfanne rumfahren von meinem Zylinder, was nicht gerade ungünstig ist, weil man hin und wieder mal eine Pfanne braucht. Ihr seht, die ist wirklich flach. Ähm, aber, ja. Okay. Also, das sind die Snaps. Und so könnt ihr natürlich dann jetzt auch Sachen reinziehen, skalieren, drehen, rotieren. Das sind sozusagen die Basics gewesen. Gut, nächstes Mal machen wir was Schöneres. Nicht mit so einem komischen Zylinder, mit dem eh keiner was anfangen kann, sondern wir arbeiten mit dem Content Browser. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.